ARD Text im Auftrag von Funk 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 gut ich glaube man kann nicht so machen ich würde auch mal ja das wäre eine gute Idee ne? eigentlich schon oh eigentlich schon dann machen wir mal eine Steine kannst du mich mit der Schwimmkarte ich habe ja auch Kohle im Boden und der Kohle-Song ist auch so alt ey Kohle-Kohle-Kohle-Kohle-Kohle ne ist noch nix wieso war schon Glas Jakob? geil warum machst du Glas wenn du Kohlenot hast? mja damit ich hier sehen kann sonst wieder packt wird kann ich so schlizieren zwar auch in dem stylischen Hackpack Hackpack aber am besten warte mal wo ist denn jetzt Kohle oder nicht? ne noch ein bisschen stimmt glaub ich glaub ich schon ich glaub ich schon ich glaub ich schon bist du hardcore ne? ich bin hardcore ich glaub ich das ist mein Name im Herz und nochmal nur Stein allerdings und Steinschwert ich würde die erste Rechte sagen würde ich würde ich aufheben den ganzen Einrahmen hm ich sehe die ganze Zeit Namen mal da ich denke dass ich konnte so ein Petsponent in einer anderen Welt nicht hm schon level Johannes ich kann einen Charm ja ein Charm ja so Tim 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 so oh das ist das viel den versteht ihr wenn ihr ähm Blitze weil wir jetzt auf Highblitze den bestenste haben wir überhaupt gespielt ja so wie wir es auch tun ja ja tun wir ne ja stimmt haben wir schon getan ja extrem viel Eisen das ist erfreulich ja ja acht Eisen kannst du ja kann ich eine Eisenspizzacke und Eisenspizzacke machen und was sehe ich denn jetzt hin bitte? komm das ist mein Gang ne ne da bin ich ein bisschen Kohle verbrennen jetzt wie mache ich Holzkohle äh mit Kohle und Holz nicht wirklich also nee du musst das Holz oh das ist das Tag oder wie jetzt du musst ein normales Holzbrennen also ein 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 Holzbrennen ne wo also also der Strom ist wieder da guck auf uns okay ja okay da haben wir ja Internetbrennen das überzähl aber das ist ja gar nicht lange hier verändern nämlich ist Heidixer-Kart ist da wohl Arcade ist da für alle Spieler losgeheer ich kenn die natürlich schon Tor noch nicht und da wollte ich ich jetzt einen Steinschleck gemacht und das war voll unnötig ne naja gut eben das wollen wir immer noch Kohle ähm Holz na gut wir haben Holz und damit würde ich dann damit würde ich dann die Holzkohle das Holz das Rohr jetzt das normale Holzbrennen ach so ja da kriegst du nämlich Holzkohle na egal ja das bringt aber nicht viel ich mach's einfach so ja guck das hätte auch ein bisschen ähm gelten äh gehen wir auf den Crafting Table Crafting Table Crafting Table ahja hier ähm ich dachte ich hätte die GUI Textile nicht gemacht also die Hintergrundtextile also die Hintergrundtextile du meinst das nur da so ja hab ich ja getan so jetzt hast du einen eigenen Schrift das ist schon mal nicht schlecht ja auch bei so ein paar von Dings muss man sich auf jeden Fall immer sofort die die beste das beste Schwert machen das eigentlich kriegst weil ja oder zumindest die beste Sitzung 4 auf jeden Fall ja bei mal Creeper Explosionen ne Johannes ja was mir grad einfällt wir müssen auch mal auf halb 10 Creeper Attack spielen Creeper Attack? das kommt mit dem Arkad jetzt so ist es richtig glaube ich das wäre so geil super richtig stark richtig stark haben wir auch geliked also hat Toto ja auch geliked also hat Toto ja auch geliked richtig stark richtig stark kann sagen so mal Tag werden weil der Mond geht schon unter das ist gut der Mond der Mond geht eigentlich nicht hier so richtig unter oder also im normalen Leben ja ich hab noch nie den Mond tutaj gesehen warum haben wir ein paar Tierhochschlachten oder sowas ne warte ich weiß das ja jetzt noch die holt's einfach mal da reinpacken mach ich mir noch ne Axt und dann hol ich mich noch n bisschen mehr Haus und ob sie den Steakstern ja in der in der die Dämonischen wir haben Zeit ist 6 und okay dann wird so ein bisschen und in Sonnenaufgaben sind bei der Sonnenaufgaben ja das ist schön die Insel mag ich schöne Insel Oh, die schöne Sonne. Einfach die Regens- und Sonne hier. Ja. Guck ich jetzt weg. Oh, ich werde geblendet. Isaac Newton hat ja mal zu versuchen, wollte herausfinden, wie lange ein Mensch in die Sonne starren kann. Anschließend konnte er fast zwei Tage lang nichts mehr sehen. Wenn ich Newton denke, muss ich mal an Alfred Newton denken, der es eigentlich nicht richtig gab, aber wir haben einen Physiktest geschrieben und mein Nachbar schreibt einfach von dessen Nachbar ab und die schreiben einfach beide hin, wer hat die Schwerkraft erfunden. Alfred Newton. War doch Isaac unten nicht. Ja, ja, Alfred. Aber Alfred ist ein geiler Nachhalt. Und vor allen Dingen, daneben hängt noch ein Plakat, wo drauf steht, Isaac Newton hat die Schwerkraft erfunden. Erfunden eigentlich nicht, hat sie geschrieben. Entdeckt. Ja. Da kommen noch keine Äpfel raus, ne? Ich glaube nicht. Nicht, wenn du auch lange gemacht. Erfunden. So, wir haben jetzt wieder volles Internet. War der Testbayer Leckermann? Hä? Dieser Testbayer Leckermann war. Äh, nee. Nee. Nee? 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 Nee, 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 nee. Nee? So. so. Mm. Nee? 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 Derleitene reicht's! Gut! Mein Vater vertreter ist tre dyefks. Übrigens curricarks 1. . Was sagen wir mal an die Fische? Nee? Nee? Nee. Nee? Auf jeden Fall ein Shuttle-Dot? Ne, es hat auf jeden Fall stark geredet, das B jetzt auch. Und man konnte einfach gar nicht auswerfen. Das war ja König dann. Oh Gott. Und von 16 Jahren waren wir einfach nur 5 Fehler. Also es ist nur 5 Fehler und was gefunden gewesen? Ja. Nein, nein. Da hör mal noch. Bisher schlägt sich ganz gut durch, ihr war Hartmann. Das einfach die Insel genommen. Ich würde es auf jeden Fall noch freuen, nachpflanzen. Ja, ich auch gleich. Bis noch gleich aufhören. Ja. Den Wendel 60. Ja, das passt schon. Das passt schon. Könnte mal 12 Minuten machen. Könnte nochmal 12 Minuten machen. Könnte nochmal 12 Minuten. Könnte mehr? Ja. 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 Die ganze Folge vielleicht nur aus Ja, ne. Ja. Ne. Guck mal. Oh, wir haben gleich einen Stack. Oh, jetzt. Das guck. Das guck. Das guck. Wer macht hier das halt Kolostrein, ne? Wer macht das? Das guck mal. 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 Es geht nicht. Kann man so ein Baumraum machen? Wenn sie wollen. Das guck mal mal mir. Da wollte ich das gar nicht hören, stimmt's. Ja. Du brauchst den Baumraum. Oh Gott, Alter, ich will sitzen und kommen ja nicht runter. Aber wenn du alle sechs Dinger reinpflanzt, dann hast du bald so riesige Bauminsel. So schön. Ja. Ist doch toll. Toll. Ist doch toll. Super toll ist das. Ich finde, das ist... Richtig stark. Kann es einfach dorthin machen und dann auch. Könnte aber eine Wall machen, ne? Na? A Wall? Ich habe hier jetzt eine Wack gebaut, damit ich keine Wunst bekommen, aber ansonsten... Ach so. Könnte aber eine Wall machen, oder? Ja, dann kannst du so eine Fester bauen. Ja, gute Idee. Ja, 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 ja. Dann musste ich von der Festung natürlich auch selbst versorgen können. Und nie rausgehen. Und dann unter so ein Quarry. Das ist ein Kühl, Dorm. Dorm, wo der Großstädter ist. Ja. Eigentlich wollen wir beide um ganz. Da gibt es keine Tür. Da gibt es keine Tür. Wir haben beide im Dorf eigentlich. Ja. Du auch. Ja. Ja. Weil sie auch sterben sollen. Jetzt hab ich mit ihr reden würden. Ach so, ja. Tue, er sagt die Tür... Guck mal, ich hab schon zwei da weg. So stolz. So. Ey, aber guck mal, wie die Kühe in meinem FC eben sehen kann, wie die Kühe in dem Texture Pack einfach schieren, ey. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Kann man dann nur ne Aufnahme sehen. Da kommt ne Höhe gebunden. Da kommt ne Höhe gebunden. Ich muss jetzt erstmal ne Höhe annehmen. Ich find's erst hohe Gras, sag ich mir, der hat mir in Höhe gegeben. Ja, ist ganz okay. Mach's einfach nicht klar. Ja. Cool. Was ist cool? Das ist cool. Wo? Dahint. Da. So mit dieser coolen Aara haben wir das super hohe erstmal zu heute. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Ciao.